Dieses riesige unterirdische Hohlraumsystem birgt Erinnerungen an Millionen von Jahren. Die Baradlerhöhle entstand aus Trias Kalkstein, der vor 200 bis 230 Millionen Jahren entstanden ist. Es gibt verschiedene Touren durch die Höhle. Wir haben die Rote Seetour mit einer Länge von 2,7 Kilometern gewählt. Die Gesamtlänge des Baradler-Tomica-Höhlen-Systems beträgt mehr als 30 Kilometer. Die Höhle heißt Baradlerhöhle oder mit vollem Namen Baradler-Tomica-Höhlen-System. Seinen längeren Namen erhielt sie, weil ihr etwa 8 Kilometer langer Abschnitt in der Slowakei Tomica-Höhle genannt wird. Interessante Gebilde haben sich im Laufe der Zeit gebildet. Hier kann man der Fantasie freien Lauf lassen. Interessante Gebilde haben sich im Laufe der Zeit gebildet. Interessante Gebilde haben die Böde der Zeit gebildet. Ich bin der Fall, die du hierherkennen, die du hierherkennen, die du hierherkennen, die du hierherkennen. Untertitelung des ZDF, 2020